Guten Morgen in die Runde, willkommen zu Serie 2 von 3 der Rocket Monatsmission. Ich hatte sehr gut vorgelegt und dürfte jetzt im gesetzten Feld schon an den ersten ein oder zwei Tischen sein. Ja und dann schauen wir einfach mal, was das Schicksal hier für mich bereithält in dieser zweiten Serie. Geht es so gut weiter, kann ich hier vielleicht schon vorentscheidend mich absetzen, um die Quali einzutüten oder wird es wie beim Skat üblich ein längerer Marsch mit Durststrecke? Wir schauen mal. Erstes Spiel, Hinterhand spielt Pik. Ich habe nur zwei Trumpf und öffne jetzt erstmal solide aus einer 10 zu dritt. Ja, Alleinspieler kommt mit dem König in Schnitt. Ob das nun gut oder schlecht ist, das wird sich noch zeigen. Wenn mein Partner vier Trumpf hat und kreuzfrei ist, dann wird es dem Alleinspieler nicht bekommen. Ich habe hier auf jeden Fall kein günstiges Nachspiel. Kreuzdame bietet sich nicht unbedingt an. Aus der nächsten 10 zu dritt auch nicht, denn wenn mein Partner das Ass hat, wird das gleich gestochen. Ich habe gehofft jetzt, dass der Alleinspieler im Kreuz den Drilling hat und im Herz vielleicht dann etwas kürzer ist oder im Herz nicht viel kaputt geht. Aber auch hier schnippelt der Spieler nochmal und dann fällt die Kreuz 7 von meinem Partner. Das ist natürlich schade, ungünstig. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich hatte gehofft, dass Kreuz 7 noch beim Alleinspieler sitzt. Jetzt wäre natürlich im dritten Stich Kreuzdame Nachspiel besser gewesen, statt Herz anzufassen. Andererseits wird der Spieler wohl immer die Möglichkeit haben, letztlich auf die Herz 10 zu schnippeln, denn die ist bei meinem Partner so die starke Vermutung. Und das bedeutet, schon nach dem Aufschlag mit Kreuz, wo wir es nicht günstig getroffen haben, wird das Spiel schwer. Ja, ich überlege jetzt noch, ist das Spiel noch irgendwie zu retten. Der beste Plan ist sicher Kreuz 10 hinterher. Herz 10 kann reingehen und dann gibt es noch zwei schöne Stiche. Das Problem an dem Plan, es langt halt nicht mehr zu 60, aber ich habe auch jetzt keine bessere Idee gefunden. Die Karte ist relativ klar definiert. Fünf Trumpf, Herz Ass zu dritt, Kreuz Ass König. Also war gar kein tolles Spiel. Vier Trumpf auch noch dagegen bei meinem Partner. So lässt sich das jetzt schon lesen. Nur, ja, durch die günstige Hinterhandposition konnte das Spiel jetzt gewonnen werden, weil ich eben mit verdeckten Karten nicht ideal treffe. So, Alleinspieler muss stechen, hat den Braten gerochen, geht jetzt natürlich über die Dörfer, sonst kommt er noch zu kurz. Und jetzt dürfte noch der Trumpfstich bei meinem Partner stehen. Das Beste, das Maximum, was wir jetzt kriegen können, gleich noch ist Herz Ass mit Karo 10. Ich muss allerdings sagen, dass ich jetzt nicht ganz sicher war. Ich wusste nur, das langt nicht, wenn ich jetzt hier wimmel. Ich war mir nicht ganz sicher, ob da vielleicht noch ein Auge mehr beim Alleinspieler sitzt. Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, aber so hat es nicht gereicht. Das hatte ich gezählt, deswegen habe ich mich hier nochmal zurückgehalten. Ja, hätten wir also noch sechs Augen mehr haben können. Jetzt hatten wir 52, also 58 wäre drin gewesen. Aber, wie schon gesagt, nach dem ersten Stich wahrscheinlich schon für uns nicht mehr zu lösen. Jedenfalls nicht ohne Herz 10. So, zweites Spiel. Muss ich natürlich jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel drumrum quatsche. Sonst wird das ja hier eine ewige Geschichte. Dieses Spiel verspricht schon etwas schneller zu gehen. Zwei-Trumpf beim Kreuz dagegen. Okay, direkt die Stechfarbe gefunden. So, und jetzt ist es natürlich so, dass es sich nicht unbedingt anbietet, Karo nachzuspielen. Wenn nur einer gedrückt ist, fällt von meinem Partner, der wahrscheinlich trumpfstark ist, jedenfalls noch ein, zwei Trümpfe hoffentlich hat, das Karo Ass. Machen viele Spieler nach dem Motto immer auf die gleiche Stelle. Wie gesagt, ist meistens nicht so günstig. Ich versuche jetzt eher, meinem Partner hinten noch irgendwas zu öffnen. Zum Beispiel Herz 10 frei zu spielen. Ja, und da stellt sich raus, ins Klo gegriffen. Pik wäre natürlich jetzt wieder schöner gewesen. Oder vielleicht doch Karo. Denn es ist wieder so ein Klassiker mit Herz Ass 10 zu viert an der Seite, wie wir an diesem Stich sehen. Allein schwer zweimal Trumpf gezogen. Mein Partner zieht hier Trumpf ab. Das heißt, es ist ein Fünftrümpfer. Offensichtlich mit Herz Ass 10 zu viert dabei. Und dann dem Pik Ass. So sieht es aus. In dem Fall wäre wohl doch Karo besser gewesen, falls kein Karo gedrückt ist. Das habe ich jetzt gar nicht überprüft. Wahrscheinlich war das Spiel einfach nicht zu gewinnen mit dieser quasi geschlossenen Beikarte. Ein sogenannter 10-Trümpfer. Wenn er dann eben kein Tempoproblem bekommt. So, und jetzt sind wir im dritten Spiel. Und ich muss mich weiter in Geduld fassen. Und schauen, ob ich mal hier gegen den Kreuz etwas besseres Gegenspiel finde. Immerhin. Karo König macht den Stich. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir eine schöne günstige Übergabe wieder hin, dass ich meine Trumpf 7 noch in Karo Volle verhacken kann. Das wäre natürlich günstig. Auch da kann man überlegen, ob dann vielleicht unter dem kürzeren Ass besser ist das Ausspiel. Andererseits ist es da nicht so sicher, dass mein Partner überhaupt übernimmt. Wenn der auf Lusche 10 steht oder Dame 10 im Keller sind. Also auf Peak habe ich mit Sicherheit die Sicherheit, dass ich das Spiel loswerde. Ja, es wird allerdings auch gestochen und damit ist meine Trumpf 7 nichts mehr wert. So, okay. Der Alte fehlt noch, bin ich der Meinung. Also jetzt rein. Ah, die Wimmelfinte, die berühmt-berüchtigte. Na gut. Dann habe ich das Gefühl, wird in diesem Spiel wohl sowieso nur noch Schneider frei das Ziel sein. Deswegen nehme ich hier auch raus. Jawohl, so ist es. Ein Stich machen wir zwar noch auf die Karo Lusche, aber ob wir nun mit 32 raus sind oder mit 45, das ist dann auch nicht weiter wichtig. So, jetzt mein erster Auftritt. Und der Skat offenbart mal wieder, ja, schon so eine Vorahnung, dass das hier ein schwerer Gang wird, wenn dann auf so einen schönen Ansatz erstmal so müllig drin liegt. Jetzt müssen wir diese Lerche erstmal gewinnen. Drei Augen habe ich gedrückt. Klar, das ist auch Gefühlssache. Manchmal ist auch eine andere Drückung besser. Kreuz 10 mit runter. Andererseits kann die Kreuz 10 natürlich auch einen Stich machen. Und deswegen denke ich, dass ich mir das in dem Spiel gar nicht unbedingt leisten kann, jetzt hier Karo Dame etwa um Kreuz 10 zu drücken oder Kreuz 10 Dame. Dann habe ich sicher einen Karo 2 Stich in der Abgabe. Also machen wir das so und hoffen, dass im Spielverlauf Kreuz auf den Tisch kommt, dass Herz und Trumpf vor allen Dingen natürlich günstig sitzen. Ja, und hier geht gleich die Überlegung los und ich bleibe mit Karo Buben am Stich. Typisches Zeichen, dass ich mindestens gegen 4 Trumpf spiele. Bube hinterher, da fliegt wenigstens die Trumpf 10. Das heißt, ich vermute stark Spieler 3, wird noch 2 Trumpf haben. Herz Bube und Trumpf Dame. Das heißt, wenn ich jetzt eingespielt werde, kann ich mit dem Pik König fortsetzen und dann mir das Pik erst noch hochspielen, also nur noch einen Trumpfstich abgeben. Das ist schon mal eine Überlegung, die ich anstelle. Ist jetzt eben spannend, was auf den Tisch kommt. Und es kommt Kreuz. Puh, das sieht erst mal schon mal gut aus. Auch wenn natürlich noch nicht klar ist, ob hier nicht gestochen wird. Ne, wird nicht gestochen. Sehr gut. Damit, denke ich, ist das Spiel in trockenen Tüchern. Jetzt geben wir hier noch den einen Trumpfstich ab und vielleicht noch ein Herz. Aber mit großer Sicherheit kann ich jetzt den letzten Karo Vollen kontrollieren. Da kommt er auch und damit ist das Spiel gewonnen. Also war natürlich wichtig, dass Kreuz auf den Tisch kommt und ich nicht direkt stechen muss oder ein Herz eingespielt werde. Dann hätte die Geschichte über die Kreuz 10 unangenehm werden können. So habe ich das Spiel also relativ easy auch nach Hause geschaukelt. Spiel 5. Ein schlechter 0. 7, 8 König. 7, 10 König. Aber jetzt 2 Reizungen und eine 20er Reizung drin. Da will ich ihn dann auch gar nicht testen. Erstens ist die Chance überhaupt nicht groß, dass ich das Spiel überhaupt bekomme. Denn da wird natürlich Kreuz gespielt. Und zweitens, ja, auf diese 18 oder 20er Reizungen sind genau die Reizungen, wo ich die Schwächen habe. Da kann ich nachher leicht verlieren, auch wenn ich noch eine gute Karte finde. Das riskiere ich dann lieber nicht. So, ich hatte nur einen Trumpf. Von daher jetzt natürlich die Hoffnung, dass mein Partner dick, dick besattelt ist. Wenn er viele Trümpfe hat, wird er vermutlich nicht blank ausgespielt haben. Also Herz 10 kann da erstmal rein, klärt die Farbe. Und das ist natürlich schade. Das zeigt so ein bisschen, dass in dem Spiel doch nichts geht. Dass der Alleinspiel einfach zu stark ist. Das ist Ass an der Seite und Pik Ass zu dritt mit König auch. Also Karo Ass schon gestochen. Da werden wir nichts werden. Mein Partner spielt hier auch Trumpf zurück. Alles klar. Dann kann ich noch meinen Pik Darmstich hier festhalten. Und das war es dann. Herz geben wir direkt auf. Das wird nicht die Farbe gewesen sein. Ja, also ein leichtes und lockeres Spiel. Auch noch ein teures Ding ohne Dreien. Spieler 1 ist gut in Fahrt. So, da kann man mal 18 rufen. Aus dem Mittelhandsumpf. Aber wo ich ein Echo höre, bin ich gleich raus. Und das war eine gute Idee. Es fängt der dritte Mann auch noch wieder an zu reizen. Und der reizt 0. Und da kommt ein Kreuz raus. Gut, Test 1. Ist vielleicht ein dunkler Bube bei meinem Partner. Leider nicht. Test 2. Was passiert gleich mit meinem Trumpf Ass? Sieht schlecht aus. Es ist ein 7-Trümpfer, wie wir hier sehen. Und der eine rote Bube ist noch beim Alleinspieler. Ich habe nicht mal eine Blanke, mit der ich eine Fantasie entwickeln kann, wie ich meinen Trumpf Ass durch einen Einstich oder Überstich retten kann. Ja, drei unbekannte Karten in der Beikarte. Karo König ist jetzt gefallen. Das heißt, vielleicht steht er noch irgendwo in der... den Karo 10, Dame 8. Ja, wie jetzt fortsetzen. So, wo ich es jetzt so sehe, könnte man noch sagen, Trumpf Ass wäre auch eine Option. Oder eben hier Scharfherz 10 gegen Herz Ass beim Alleinspieler können wir ohnehin nicht gewinnen. Versuchen, ein Herz vielleicht über den dritten Herz doch noch einen Abwurf zu bekommen. War aber nicht möglich. Alleinspieler hat direkt Herz 10 gestochen. Hier flog gerade noch eine Karo Lusche mit anderen Worten. Karo, da mit 10. Nur beim Alleinspieler und bei sieben starken Trümpfen mit drei Buben ist die Karo 10, sag ich mal, so gut wie sicher im Keller. Dann sollte ich mal besser hier für Schneider frei rausnehmen. Das Spiel ist dann auch nicht zu gewinnen. Da haben wir das Pik As Lusche. Das war doch offensichtlich, dass mit so einem Blatt die 10 nicht drin gehalten wird. Jetzt haben wir insgesamt 18 Spiele von den 36, wenn man die Serien hier zusammenzählt. Ich habe knapp 600 in den ersten 12 Spielen gemacht. Jetzt kommen noch mal ein paar Punkte dazu. Also ich stehe auf kurz vor 700 Punkte. Immer noch ein gutes Ergebnis. Auch wenn das Momentum natürlich ein wenig abgeflacht ist. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier diesen Pik angreifen können, wo ich 4 Trumpf habe und eine Farbe nicht. Erstmal schauen. Noch nicht die Kreuz 10. War auch eine gute Idee. Spieler 1 hier ein bisschen unscharf im Luschenabwurf. Hat im ersten Stich dem Alleinspieler die 9 gegeben. Kann man auch daraus schließen, dass er keinen mehr hat. Aber er hat noch die 8. Das habe ich ihm auch nicht geglaubt. Diese Behandlung der Luschen wird auch überall anders gespielt. Der eine oder andere Spieler achtet gar nicht drauf. Deswegen habe ich trotzdem noch nicht gleich die Kreuz 10 auf den Tisch geballert. So, und da haben wir auch irgendwie eine Schwachstelle beim Alleinspieler getroffen. Der geht nämlich gar nicht mehr über Trumpf, sondern schon über die Dörfer. Und das dürfte ihm aber spätestens dann zum Verhängnis werden, wenn er feststellt, dass ich gar kein Herz habe. Das sehe ich nämlich erstmal gerne. Das heißt nämlich, dass mein Partner auch noch Trumpf haben muss. So ist es auch. So, und jetzt ist es natürlich gut, dass er nicht Herz trifft, sondern Karo 10 anbietet. Ist okay. Kann der Spieler gerne stechen. Kreuz Gube ist dann sein letzter Stich, denn jetzt hat er nur noch drei Herz dabei. Da komme ich jetzt also am Ende groß ins Geschäft. Das ist wahrscheinlich der Durchstoß hier, dass ich jetzt die Farbe frei bin und dieser letzte entscheidende Volle nicht läuft. So, Kreuz 10 zuerst. Eure Karo Dame ist egal. 49 hat der Spieler. Ja, das Herz hätte schon laufen müssen mit dem Bild idealerweise. So habe ich jetzt hier mal die ersten 40 Punkte von der Seite eingefahren. So, und hier auch wieder ein ganz dünner Ansatz, den man mal 18 testen kann. Mehr sollte man nicht sagen. Und da es Widerstand gibt, ziehe ich mich also wieder in mein Schneckenhaus zurück. So, den nehmen wir erst mal mit. Und dann, was schlagen wir vor? Kreuz König oder Lusche? Auch immer so die Frage. Ich treffe jetzt hier Kreuz Lusche. Will das Bild noch nicht anbieten. Direkt Abwurf Herz. Ah, und da wird gestochen und von oben hingelangt. Ja, und jetzt ist es wieder das gleiche Spiel quasi, wie eben, was wir im ersten Spiel schon gesehen haben, von der Trumpfstellung. 5 Trumpf, eine Viererlänge mit Ass 10. Gut, diesmal hat er in der Beikarte nicht noch das zweite Ass, sondern die Lusche. Aber die ist ja dann doch günstig losgeworden. Und damit kommen wir jetzt leider wieder nur noch auf 59, falls ich das Herz Ass behalte. Weil 59 aber nicht reicht, gehe ich rauf. Das eine Auge habe ich dann auch noch über. Es kann ja immer noch mal sein, dass er mich blufft und tatsächlich noch ein Herz dabei hat. Nicht wirklich zu vermuten. Aber letzte Chance. Also von daher hier im zweiten Stich mit der Kreuz Lusche. Das war zu wenig, wenn ich da Kreuz König treffe oder Herz Ass auf den Tischballer. Wobei Herz Ass natürlich als Zweitrümpfer sehr unrealistisch ist, dieses kurze Ass auszuspielen. Vielleicht Kreuz König. Wenn er dann sticht, läuft es wieder anders. Wenn er dann auch abschmeißt, kommen wir gerade hin. So gewinnt er jetzt mit 62. Nee, nee, nee. König 7, König 7, König 7, König 8. Da heißt es dann so schön, ja, kannst du spielen, wie du willst. Kannst auch nur mit Wasser kochen. Und das ist natürlich gar nichts. Wenigstens kann man da beim Reizen auch nichts falsch machen. Aber wahrscheinlich auch im Gegenspiel kein Pfifferling gewinnen. Also eine traurige Karte. Freuen wir uns für Spieler 1. Der hat einen Grang abbekommen. Und der ist mit 3 offenbar. Also wenn er den jetzt gewinnt, wo sehr viel für spricht, dann hat der sich hier richtig abgesetzt. Der war ja schon punktemäßig offenbar vor mir von der Setzung und legt jetzt nochmal ein richtiges Pfund hinterher. Also ich würde mal sagen, Spieler 1. Der hat es so gut wie geschafft. Bei dem habe ich hier auch außer dieser einen kleinen Luschen-Geschichte bisher keinen schwachen Zug gesehen. Jetzt denke ich doch mal, dass ich jetzt hier mich an dem Karo-König festklammern muss. Das tue ich auch. Und damit retten wir hier im 10. Stich unseren ersten Stich, damit wir nicht Schneider-Schwarz sind. Ja, das nennt sich dann wohl Durststrecke. Spiel 10 und die Karten geben einfach nichts her. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, ob man da zwischendrin jetzt so ein Wahnsinnsspiel mal trotzdem versuchen sollte. Ich glaube nicht. Ich habe gut vorgelegt und es folgen noch zwölf weitere Spiele. Also einfach ein bisschen den Ball flach halten und hoffen, schauen, dass die Karte dann gleich noch wieder anspringt. So, 28 ist kein guter Zwischenstand bei dem Verlauf. Das war ein bisschen zu wenig, was Spieler 1 da eben angeboten hat. Da wäre eine scharfe 10 schon besser gewesen. Vielleicht waren sie auch im Keller. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir jetzt natürlich Schneider geblieben. Das Spiel war ein Bulle mit 3. Schneider-Spieler 3 ist also wieder aus dem Quark gekommen und an mir vorbeigaloppiert. Ja, 1 zu 0 plus 22. Mann, Mann, Mann. Dann ist das doch jetzt immerhin so eine Karte, dass ich sie mal bis 20 reizen muss. Aber das nützt mir nichts. Spieler 3 hält dagegen. Ja, ansonsten, was soll ich euch sonst erzählen? Ich habe es schon gelesen. Alle machen das inzwischen. Gestern war bei uns der Backofen dran. Der ist mal richtig schön auf Vordermann gebracht worden. Richtig mit diesem schönen Backofenspray einwirken lassen. Feucht abwischen. Ein bisschen warm machen. Nochmal einsprühen. Nochmal abwischen. Dazwischen warten. Richtig schön geputzt. Also in unserem Backofen, da wird sich das nächste Hähnchen auch wieder richtig wohlfühlen. Ja, und ansonsten ist natürlich Skat immer eine schöne Nummer. So, was haben wir denn hier? Einen Grang, wo nach Buben raus ich natürlich den letzten Buben habe. So, der heißt natürlich noch lange nichts. Ich muss alle Farben mitbedienen. Habe auch Bilder ohne Ende abzugeben. Herz ist mein ganzer Stolz. Die Frage ist jetzt eben Herz König anbieten oder nur eine Lusche, wenn wir denn Herz spielen wollen. Und ich denke, das ist gesetzt, dass wir uns hier die Karten hochspielen wollen. Ja, der König könnte schon wieder zu viel sein. Und ich denke mir auch, es ist an sich schwer für den Alleinspiel bei diesem Gang jetzt noch zu schnippeln. Normalerweise will der jetzt seine Vollen hinziehen. Deswegen will ich da mal das Bild nicht anbieten. Und was passiert? Der Mann hat tatsächlich drei Herz und geht in den Schnitt. Wäre vielleicht Herz 7 noch einen Tick präziser gewesen als Herz 9. Aber sei es drum, wo ich den König nicht anbieten wollte, da geht der Spieler in den Schnitt. Das heißt, das kann er sich wohl leisten. Und damit denke ich, dass wir den Gang mal wieder nicht greifen können. Das wäre jedenfalls ein Wunder. In Karo fliegt auch noch mal ein blanker König. Gut, stechen wir erstmal. Und ich denke, jetzt spiele ich nicht Herz König aus, nicht ihm das nächste Bild hinterher, sondern jetzt mal eine andere Farbe klären. Vielleicht hat er doch noch irgendwo eine Schwäche in der Beikarte. Ich kann es mir nicht vorstellen, wo er den Buben ausgespielt hat. Aber versuchen wir es. Zwölf hatten wir eben. Und sechs macht 18, 31. Oh, und mein Partner hat doch einen Ass. 42, 46 und Kreuz 10. Ei, 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 ei. Das war ja ein Lerchengerang. Der ging immer noch. Der war ja ausgesprochen frivol, ohne einen Kreuzvollen in der Hand mit Bube rauszuspielen. Ja, das hat jetzt gescheppert. Eigentlich lief der ja bis dahin relativ günstig. In Karo kam der König in Herzkammer in Schnitt. Hat trotz alledem nicht gelangt. Also Spieler 3 jetzt hier ein wenig auf Abwägen. Ich weiß gar nicht. Der hat es doch gar nicht unbedingt nötig, bei dem Stand jetzt schon so ein hohes Risiko zu gehen. Ein Farbspiel wäre auch möglich gewesen. So, und jetzt kommt doch noch mal meine Zeit. Habe ich gedacht. Drei Buben, ein Ass. Ja, und da kommt Hinterhand. Spieler 3, der lässt nicht locker und bietet mir 22. Und 22 ist eigentlich das Zeichen hier auszusteigen. Was soll jetzt noch passieren? 0 will Hinterhand auch nicht spielen. Den Herz offenbar auch nicht. Oder der ist ohne 4. Dann komme ich sowieso nicht ran. Und je mehr ich reize, desto weniger Möglichkeiten habe ich überhaupt hier ein Spiel zu machen. Denn Pik oder Kreuz, das sollte ich mir eigentlich offen halten. Also, wohl oder übel. Ungern natürlich. Wer will nicht gern mit drei Buben und einem Ass das Spiel machen? Aber letztlich ist das trotz alledem ein Blender. Und da sehen wir es auch. Pik wird gespielt. Der werden wir natürlich auch nicht bekommen. Jetzt habe ich fünfter Gegner. Und dann schauen wir mal. So, also wenn er den bedienen muss, und er muss ihn bedienen, dann würde ich sagen, kann er das Spiel abgeben. Das wird jetzt schwer für ihn zu gewinnen. Trumpf Ass sogar auch noch bei meinem Partner. So, jetzt nochmal ein kleiner Karo hinterher. Dann fliegt Herz Lusche. Kreuz. Oh, nochmal die Stechfarbe. Also, der Mann hat fünf Trumpf, hatte genau ein Karo und kein Kreuz, hat also offensichtlich vier Herz an der Beikarte. Also jetzt noch drei Herz, drei Trumpf. Ja, kann er natürlich nicht gewinnen. Dann ist er auch Kreuz Ass mindestens noch bei meinem Partner. Trumpfstiche habe ich noch. Ich kann es jetzt schon über Trumpf fortsetzen. Bube, Bube. Ich kann aber auch erst nochmal Herz Lusche spielen. Das ist ganz egal. Der Alleinspieler kann ja gegen diese Trumpf sowieso nichts machen. Der wird sowieso nochmal Trumpf spielen, war meine starke Vermutung, weil er sich das gar nicht anders leisten kann. Dann habe ich in dem Vortrag sogar eben noch diese zwei Augen gespart. Und Kreuz 10 ist auch noch bei meinem Partner. Was war denn das bitte für ein schlechtes Spiel, was Spieler 3 jetzt da gereizt hat, gegen meine Mittelhandreizung. 36 Augen hat er bekommen. Also, wenn mein Partner Karo fortsetzt und meine blanke Herz Lusche fliegt, dann ist er in höchster Schneidergefahr. Also, völliger Nervenverlust, kann man hier sagen, von Spieler 3. Okay, für mich wichtig. 2 mal 40 Punkte immerhin noch geschnappt. Also, mit einem blauen Auge da rausgekommen. 1 zu 0. 3 von der Seite macht 192. Komme ich mit den knapp 600 aus der ersten Liste auf knapp 800. Das heißt, ich bin jetzt natürlich noch im Rennen, aber deutlich durchgereicht worden. Natürlich so bei 100 pro Päckchen. Also, Richtung 1200 ist wahrscheinlich noch nicht die Quali fürs große Finale drin. Da vermute ich mal, dass ich jetzt in der letzten Serie dann noch eine 450 oder besser 500 drauflegen muss. Und das schauen wir uns morgen gemeinsam an, ob das gelingt. Ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und wie immer, gut platt. Ja, bleibt gesund.